Hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei The Crew mit Dingo Viva. Mit dem Modi und dem Big Mana Heimhunterarzt. So, wir haben jetzt hier das nächste Rennen. Eine erotische Folge. Eine erotische Folge. Eine erotische. Genau, wir fahren jetzt auf der Rennstrecke von Mario Kart 8. Mario Kart 2000, na? Ja, genau. Und jetzt kommt gleich noch ein schönes Video. Jop. Du? Du hast mich rausgeholt? Nach dieser ganzen Sache im mittleren Westen? Troy, dann sind wir wohl nun quitt. Und sind wir noch weiter entfernt. Die Rennstrecke hat es in sich. Ja, die hat es auf jeden Fall in sich leider. Aber wie gesagt, einer muss nur Erster werden. Ist ne schnelle Strecke abt auf Haarnadelkurven. Bremse spät und hart. Genau, Haarnadelkurven. Wie zum Beispiel die hier. Ah ne, noch nicht die. Die andere. Die hier. Alter! Boah! Okay, man darf nicht auf den... Nicht auf die Dinger, genau. Da ist man ruhig, man sofort. Oh, wieder drei Runden. Oh Gott. Die bremsen mich hier aus. Wenn das wieder so ein Rennen wird, was wir tausendmal wiederholen müssen, ne? Können passieren. Oh! Ach, du Scheiße. Boah, mein Auto fällt gerade in seine Einzelteile zusammen. Da ist nix mehr drin? Ne. Weil, bist du Erster? Nein. Okay, es wird ein Rennen, was wir öfters mal wiederholen müssen. Wahrscheinlich schon. Weil der Erste, der Troy, ist... Äh... Weiß nicht, 200, 300 Meter von mir entfernt. Ich finde, der Skyline ist schön und gut, aber ich finde, in Kurven ist der trotzdem nicht der Beste. Noch, der Lamborghini ist auch nicht so toll, in Kurven. Der hat so'n... Der hat so'n... 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 So'n übelsten Wendeweg. Aber die Strecke kenne ich irgendwo her. Ja, Gran Turismo. Kann sein. Ja. Auf ne'n Demo mal vielleicht gezockt oder so. Boah, neuerde hier den schnellsten Wagen und ist wieder der letzte mit mir zusammen. So komisch. Boah, wir machen ein bisschen Physik-Spiele hier. Wir rennen, wir haben einfach mal die Reifen weg an den Seiten. Guck mal, wie gut die Physik ist. Ja, ihr seid trotzdem... Wir schaffen das, wir schaffen das. Naja, der ist noch weit weg von mir. Ich krieg den nicht mehr aufgeholt. Ne. Freunde, jetzt, weil ich jetzt hier einen Fehler gemacht hab. Letzte Runde. Also, damit ein Mann richtig glänzen kann, braucht es die passende Motivation. Ich hab den Kopf gerufen. Ne. Viel Spaß. Was denn? Hörst du selber. Warum hat er denn die Kopf gerufen? Weil er Spaß dran hat. Aber ich schaff's nicht mehr. Ich auch nicht. Ziel gerade. Ne, okay. Nochmal. Genau. Ist ja egal, kennen wir ja schon. Ja. Das stimmt. Einige Führungssache, das Ganze überspringt. Ja. Wow, Mann, ich sag das mal freiwillig. Wuuuuh. Los, Jungs. We are the crew. Bremse spät und hart. Und hart. Ja, das ist gut. Das ist gut. Spät und hart. Oh, Inno, du. Boah, inkompetent, echt. Du hast es zugemacht. Du hast mich gerammt. Ja. Dafür tut mir leid. Ja. Weißt du? Vergiss es echt. Wir hätten alle drei auf dem Plätzchen sein können, ne? Was für Plätzchen? Butterplätze. Eins, zwei, drei. Achso. Nein, aber du musst mich wegrammen. Das möchte ich aber wirklich nicht. Ja, weil ich bin wieder auf der Strecke. Ich bin wieder drin. Habe ich schon mal gesagt, dass ich Kurven hasse? So, jetzt kommt Mana, ihr Bitches. Ich bin hinter Troy. Oh, diese Kurve, die hasse ich, ne? Ich habe das Gefühl, mein Auto oder unsere Autos sind viel zu schnell dafür. Letzte Runde. Also, damit ein Mann richtig glänzen kann, braucht es die erste Motivation. Ich habe den Kopf gerufen. Viel Spaß. Leute, wir schaffen es. Ja. Er sagt noch nichts. Er will das nicht. Ich bin ja auch. Und nach fünf Minuten kurz wurden. Achso. Ich glaube, nach dem Rennen kommt nächstes Rennen. Ja, wegen dem Kopf, ne? Ja. Ich ziehe gerade. Mal schauen, ob ich es schaffen. Vielleicht schaffe ich es auch noch. Nö, ich nicht. Ich schaffe es auch noch. Yeah, Bitch. Bin drin. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Und vorbei. Letzte Chance. Nein, diesmal nicht. Stufe 46. Und Platin. Plus 31. Bin jetzt bei 816 mit dem. Ich denke mal, jetzt kommt sofort ein Video. Hm. Ja. Ja. Bist du raus, Tyler? So gerade. Die Kops haben ein paar Jungs einwächtig, aber nicht, Troy. Das ist gut. Jetzt den Bullen, ey, komm. Ja. Nee. Müssen wir gar nicht. Ihr wart nicht gut genug, werdet es nie sein. Und eure Anwesenheit macht nicht krack. Nee. War doch gut, Bart. Oh Gott, sagen wir sind ausgeschrieben, ey. Warte mal. Ja, die Paket, ich mach jetzt eine Karte. Das ist die Klasse, an der ich so. Äh, wo sind die Rennen? Ach, boah, scheiße, die Welt weg. Okay, machen wir erst angeschlagen, oder? Moment, ich muss auch gucken, wo die sind. Ja. Ich hab markiert. Ob müssen wir hier fahren, weil es nicht mehr angewiesen ist. Angeschlagen, dann Ungleichgewicht und dann zum Schluss, dann dieses Wumme. Okay. Boah, Inge. Das war knapp. Ich weiß, ich hab auch gerade gedacht. So, über der Motor, so von hinten, so. Ich denk, oh oh. Gleich knutscht halt ich mal wieder. Oder, das sind jetzt, so drei Rennen sind das, die auf einmal angezeigt werden. Ja, ist aber normal, doch. Alter, was hat das Spiel jetzt hier für noch lauter gehabt? Und jetzt auf einmal kann das Auto richtig fahren, ne? Aber gerade auf der Strecke nicht. Äh, stehen bei euch auch die Autos. Bei mir stehen die Autos alle. Bei mir stehen die Autos alle. Bei mir stehen die Autos alle. Bei mir fährt der Verkehr nicht mehr. Das ist geile. Äh, Manna, du hast halt den Verkehr armer. Ach. Oh, 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 oh. Ich bin der Weihnachtsmann. Oh, oh, oh. Komm. Gold, 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 gold. Bitch, ja. Oh, gold, gold. Geht doch, alter, leckt mir doch meine Eichel, ne? Eichel. 790. 712 Fahrzeugstufe, geht doch. Was hast du denn erreicht jetzt? Durchfahren. Auf dem Highway ist die Hölle los. Back on the road again. Back on the street. Oh, ist das höflich, ey. Ist klar. Gerade 70 fahre ich gerade in Nitro. Obwohl ihr das Unfall gehabt? Ja. Aber der Geschwindigkeit darfst du auch keinen Unfall machen, ey. Ne. Nein, ich muss abfahren. Oh, scheiße. Oh, das war mal knapp. Okay. Was ist jetzt los? Ne, 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 ist schon gut. Oh, ne. Oh. Ach, ne. Was ist denn? Ich höre gerade den Schiff mit mir reden. Er sagte, ein Flugzeug hat eine Ladung abgeworfen. Nein. Nein. Oh, ne. Oh, tut jetzt schon weh, ey. Nicht gut fürs Geschäft. Ihr wollt einen Platz in der nächsten Runde haben. Hol sie. Weiß das Schiff bestimmt dann. Sammle 800 Kisten ein, ey. In zwei Minuten. Irgendwie so ein Scheiß. Hm. Wollen wir mal gucken, was ist. Angeschlagen. Ja, ist auf jeden Fall RA. Oh, das gibt's doch nicht, Alter. Jetzt müssen wir wieder Kisten einsammeln, ey. Achtung, wir erhalten Anrufe für einen gefährlichen Radeansammbereich. Nachricht angekommen. Hallo? So. Lass uns mal in den Kreis reinfahren. Was ist das nochmal? Rally? Ja. Ach. Komm mal rein. Ich wähle doch gerade mein Auto aus, du. Mach ja automatisch doch. Mach schnell, Mann. Das ist ziemlich offen. Pass auf, hier kann es Cops, Schlangen, einfach alles geben. Ja genau. Jetzt kommen wir noch Cops gleich. Okay, mein lieben Zuschauer. Da wollen wir mal gucken. Jo. Hol die Kisten, schnell. Es ist zu offen hier. Das gefällt mir nicht. Wow, nett. Wie viel? Wir haben jetzt auch 200, ne? Ne, 200 hatten wir. Das sind jetzt 200. Ja, hey. Mach hier zwei rein. Ja, hey, wo fährst du denn dann? Gut, diesmal mit vier Minuten Zeit. Also es muss nicht sein, dass es jetzt besser ist für uns. Oder einfach nur eine größere, längere Distanz ist, dass die Kisten mal auseinanderliegen. Genau, das habe ich jetzt auch gerade so. Äh, da kann ich mal auseinanderliegen. Okay, jetzt ist das klar. Oh, okay. Okay, ich bin jetzt schon Kisten da auf einmal. Was machst du da für'n Scheiß, ey? Ich hab die Kisten nicht bekommen Was meine hier auf der Strecke? Komischerweise ziehen die mich hier an Die sind so weit weg, die Kisten Ja Aber 57 Stück, ey Oh, das ist so komisch, ey Da sind die Autos sowas von ungelenkt hier in dem Spiel, ey Nein, hier waren zwei Spuren, du Wie läuft's? Ich hab die Hälfte, glaub ich Jetzt treffen unsere Spuren wieder aufeinander Äh Die Spur, gerade hast du die andere Spur genommen Oh, ey Immer Nicht aufregen, wir uns konzentrieren Das war's, fast Jetzt sind Mordis und unsere auch noch zusammen Unsere Spuren Okay Ich komm helfen, Jungs Wir brauchen ja nicht mal Noch 40 Mission erfüllt Perfekt Wir sind full Der Schöne Nicht einmal Fünf Minuten, Jungs Wir haben es geschafft Und die Aufnahme ist perfekt zu Ende gegangen Sauber Minus zwei Oh, hab ich schon Ja, hab ich auch minus zwei Motzverein Egal So mag ich das Ja Gut Genau zum Aufnahmenenden ist auch, wie gesagt, die Mission bestanden Verdammt Was ist Die Cops haben einen Das sind schlechte Nachrichten für die einen, aber nicht für dich Einer weniger, der Sorgen macht Sehr schön Gut Wir machen dann mal Also, den nächsten Mal weiter bei The Crew mit dem Hordi Dem Mingo Viva Und dem Big Mana Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss Tschüss